So, hier sind wir wieder. Leider habe ich beim ersten Take was erzählt, aber das hat nicht geklappt, musikal. Kann man jetzt auch was erzählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, please have some pity, I'm all alone, so far away from my city, so please, let it be good, oh, let it be good, be good to me. Wie viel Zeit haben wir wohl, schnell die Dingsbums ausmachen. So können wir vielleicht noch einen Song haben. Also was ich erzählt habe, man sieht ja hier nur so ein Bildausschnitt, das können wir mal gemeinsam machen. Also da unter dem Bild, da sind meine Instrumente, packe ich eine Decke drüber. Also es geht jetzt darum, dass die Leute, diese krassen Freaks hier sich komischerweise tatsächlich wünschen, ich räume auf. Dieses Dingsbum nehme ich weg und den Tisch hier mache ich sauber, Kiste kommt weg, Tisch mache ich auch sauber und dann ist es auch schon aufgeräumt. Meine Fresse und dann bin ich ein ganzer Mensch, muss ich noch Groß- und Kleinschreibung und Apostrophe einfügen und schon gibt es nichts mehr zu kritisieren oder was findet ihr dann, dass mein Bart so scheiße ist, den soll ich auch noch rasieren, aber dann wäre ich dann endlich, wäre ich dann über jede Kritik erhaben und euer respektierter Kasper, ihr seid schon nicht schlecht. Ja, gestern hatte ich einen Austausch mit jemandem, beziehungsweise heute früh, der hat tatsächlich die Links, dich immer Tor 1312, schöne Grüße Habibi, dem habe ich immer links geschickt und der ist dann immer nicht darauf eingegangen, hat behauptet, ich gehe auch nicht darauf ein, aber ich gemeint, soll er belegen, hat er gemeint, ach nee, so wichtig ist er nicht, hat keine Zeit und noch ein paar Scherze, er kann ganz gut scherzen hier und da, der zeichnet uns ja alle etwas aus, oder Geschmackssache, jedenfalls jemand anders, ich weiß nicht wie er heißt, der ist tatsächlich darauf eingegangen, hat dann gemeint, die Groß- und Kleinschreibung triggert ihn allerdings und selbstverständlich, dass ich so unaufgeräumt bin, denn natürlich zwangsläufig die äußeren Umstände, die inneren Umstände, bla bla, und die Planetenumstände, meine Freunde, na gut, also ich will am liebsten Video 99 das machen, aufräumen, dabei erzählen, wie wurde ich, wie ich bin.